Was geht ab, Freunde? Normalerweise sind wir ein Team, doch wie man schon an den Trikots unschwer erkennen kann. Heute ist es so ein bisschen die Rivalität am Start. Am Mittwoch, den 30.10. spielt Dortmund gegen Gladbach im DFB-Pokal. Wir werden das Ganze live kommentieren bei der Sportshow. Wir freuen uns da auf jeden Fall drauf. Ein bisschen die Rivalität zwischen uns beiden. Normalerweise, wie gesagt, zielt, ne? Das ist schon klar, wer gewinnen wird, ne? Hör mal auf hier. Kommt vorbei, Freunde. Wir erwarten euch, wird geil werden und bis dahin. Schaltet ein.